Ah, da habe ich mich vorhin ein bisschen tot gefahren an der Strecke. Aha, die erste Kurve hier geht ja noch. Oh, Alter. Was meinst du mit der ersten Kurve? Da, wo man jetzt gleich links fährt oder direkt? Nee, die, wo jetzt kommt, ist richtig pervers. Also die erste Kurve nach dem Start, also nicht die erste große, sage ich mal. Ach so. Da, wo noch eine kurze Gerade zwischen drin ist richtig scheiße. Ist da wieder so eine Kurve? Hast du die gleiche Zeit als ich vorhin? Kennst du die Strecke schon? Boah, scheiße, ist das schon das Ziel? 41-7? Nee, ich kenne sie noch gar nicht. Ah, okay. Da fühle ich mich etwas benachteiligt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Der ist gleich drin, glaub mir. Und dann geht sie dir mächtig auf uns Sack. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, es ist eine Scheiße. Jetzt weiß ich, was du mir heute gesagt hast. Du willst dich immer verbessern. Ja, das ist so ein Perfektionistenspiel. Ja, glaubst du, was macht mich ein bisschen suizidgefährdet? Noch mehr als sonst. Noch mehr als sonst. Scheiße, hab ich den ersten Checkpoint so schön geholt. Boah, nicht aufs Gras fahren. Oh, nee. 38. Boah, ey, eine Sekunde. Weißt du, das sind Welten in dem Spiel. In Trackmania-Zeit könntest du jetzt noch ein Studium abschließen. In der einen Sekunde. Ja, 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 ja. Perfekt. Nee, 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 nee. Nein, nein, doch. Oh, gib' ihm, gib' ihm. Und? Was? War ich jetzt besser oder schlecht? Oh, nee, ich war tatsächlich schlecht. 37,43. Ich komm' näher, Mario. Aber wie du gesagt hast, Pascal, meistens die erste Runde ist die beste. ist die erste Runde. Eine muss ich noch besser nennen, dann habe ich sie. Ja, ich verbessere mich auch. Ja. Ständig. 37... Boah, Mario, ey, guck dir die Zeit an. Was hast du? 37,9. Nein! Boah, ich habe es gerade noch in 37... Scheiße, es ist nur noch eine Wunderschaft. Oh Gott, die muss ich jetzt perfekt fahren. Nein, ich hatte gleich schon noch gehabt. Nee! Hast du es geschafft? Nee, ich bin doch beim Fahren. Aber ich verschlechter mich. Ah, ich habe mich auch verschlechtert. Scheiße, Mann! Na gut, das schaffen wir nicht mehr. Also, selbe Zeit, 37,9. Also, die beste nimmt er ja, ne? Ja, ja. Okay, die kenne ich jetzt auch nicht. Okay. Das finde ich fair. Los geht's. Boah, fuck. Ja. Jetzt hat es mich auch fast gedreht, ey. Oh shit, da muss man reinspringen. Also, was? Kein Problem, Mann! Nein! Nein! Vor dem Ziel! Vor dem Ziel! Vor dem Ziel fahre ich gegen den Betonblock! Vor dem Ziel! Vor dem Ziel! Werden wir dahingestellt? Das gibt es ja wohl gar nicht. Ich bin der Praktikant oder sowas. Du hast gar voll auf Rage, ne? Mann, ey! Ja, weißt du, da dreht es dich halt einfach mal hier. Oh, da fährt er vorbei in der Mario! Boah! Ich fahr schon wieder gegen dieses Ding! 2 .... 2 2 1 Du wüsstest was für Schmerz nicht allein können. Warte mal. Hör mission! Es geht so gar nicht. 3 Eh Weißt du, du siehst, du siehst am Ende, wenn du durch den Trechter durchfährst, siehst du nichts. Ob da irgendwas ist oder ob da irgendein Stein ist oder sowas. Alter, da ist schon wieder ein Stein, das gibt es doch gar nicht. Ich bin am Schluss einfach gegen Schild geflogen. Habe ich gedacht, perfekt, Mann. Hat das Schild sich gedacht, nee. Okay, Pascal, das wird meine Runde. Ich habe es einfach im Gefühl. Das habe ich vor zwei Runden auch gedacht. Weißt du, da fahre ich durch die Wand. Voll an, sie geht auch hoch. Oh, Mann. Geht es aber ernsthaft, das wird jetzt meine Runde. Okay. Glaube ich. Ja, also erster Checkpoint schon mal zweiter, das ist schon mal gut. Gut so, gut so, gut so. Ja, ist die reingeflogen, aber ich habe mich verbessert. Aber ich habe mich verbessert. Alter, da weißt du, da dreht es dich einfach. Drei, zwei, eins, go. Oh, Mann, ey. Bremst du bei der zweiten Kurve, da musst du hochgehen? Bei der zweiten Kurve musst du, nee, überhaupt nicht, einfach Vollgas. Okay, dann starte ich neu. Okay, dann starte ich neu. Nee, die kriegst du eigentlich recht locker. Nur der Scheidepunkt ist ein bisschen Bescheid bei der Kurve. Ja. Oh, mein Gott. Ja, 28. Ich fahr, weißt du, ich fahr gegen den... Oh, Konto, Konto, komm, mach, 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 mach. Oh Gott, das wird ganz eng. Okay, das ist richtig scheiße. Mann. Oh, das sind andere Wagen. Ich bin ja noch gar nicht gefahren. Oh, Mann. Wenn mein scheiß Wagen nicht die ganze Sicht verdecken würde, dann würde ich auch mal sehen. Ich fahr gegen den Wagen. Boah, die fahren sicher mal richtig scheiße. An meinem Auto fliegen Teile. Oh, da unten ist das Ziel. Da ist das Ziel. Was? Wo ist der Pass? Was für ein Ziel? 30. 47. Wow, go. Oh, mein Gott. Könnte tatsächlich Paskal seine Runde werden, verdammt. Hä? Oh, Mann. Wie fahren denn diese Dinger? Wie kannst du überhaupt nicht driften? Nee. Das ist immer mega scheiße. Was ist jetzt hier denn oder da? Vor allem verlierst du voll die Geschwindigkeit, ne? Ah, ja. Oh. Hier geht's nicht lang. Okay. Ah, toll, ey. Letzte Kurve ist ja ruhig. Nein, ich hab dort zu machen, Mann. 3, 2, 1, go. Mach Patient Ich möchte muss zu bekiаниhalten sein. ARDIB Wظ MDR MDR messages MDR 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 Näh! Was? Du hast gesagt, Näh! Mann! Nicht driften! Diese wertvolle Zeit? Alter! Mario, ernsthaft! Ich bin gerade gegen eine Straßenlaterne gekommen! Ich bin gegen eine Straßenlaterne gekommen! Ich bin gegen eine Straßenlaterne geflogen! Ja! Okay, ich bin unter 30. Ich glaube an der einen Kurve, an der langen Kurve, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Ah, da würde ich entscheiden, musst du auf links oder rechts? Ja! Driftest du an der? Nee, nee, nee. Gut, ich auch nicht mehr. Ich gehe einfach vom Gas und... ...dann gebe ich wieder Gas. Ja! Ah! Ah! Ja, 28 wäre eh doch. 29, ey. Da am Arsch. Was hast du? 28... Äh... 43. 43. Aber du triffst das... äh... Du triftest am Ende, ne? Ja! Okay. Ach man, ich habe schon wieder aufgefallen. Nein, ich habe ja gar keine Zeit mehr! Fuck! Ja, leck mich doch am Arsch. 29, 2, ey. Oh, Mann, oh, Mann, ey. Puh. Du... Jösses, nein. Er reitet zu spät durch Nacht und Wind. Ich muss jetzt sagen, die gefällt mir nicht. Ja, sie war herausforderungsvoll, sag ich mal. Die gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht? Nö. Ist scheiße.